Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Manifesting Books, dem Podcast für Autoren von wertvollen Büchern, die diese professionell schreiben und veröffentlichen wollen. Ich bin Bettina Körala-Belitz, Spiegel-Bestseller-Autorin und Mentorin. Meine Kurse und mein Mentoring verfolgen immer einen ganzheitlichen Ansatz, damit du dich mit dem Schreiben deiner Bücher weiterentwickeln kannst und diese Bücher dann auch erfolgreich bewerben und verkaufen kannst. Und das ist auch genau das Thema dieser Episode. Ein Thema, aber das ich im Moment auch auf Instagram immer wieder spreche, auch innerhalb meiner Newsletter-Community. Wenn du da dazukommen möchtest, dann hol dir am besten Trinity, meine Masterclass für 0 Euro. Zum Thema Bestseller-Matrix, du findest den Link zum Eintragen in den Shownotes. Genau, dieses Thema treibt mich um und das ist die größte Wissenslücke im Self-Publishing und auch die größte Falle im Self-Publishing. Und irgendwie traut sich niemand so richtig darüber zu sprechen. Und mit dieser Lücke ist ein Schmerz verbunden. Und nicht nur emotionaler Schmerz, sondern auch finanzieller Schmerz. Da zerplatzen regelmäßig Träume. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum so viel darüber geschwiegen wird. Weil es einfach wehtut, das zu realisieren. Was den meisten Autoren passiert, wenn sie im Self-Publishing ihr Buch veröffentlichen. Also wer anfängt, ein Buch zu schreiben, für den scheint die größte Hürde zu sein, dieses Buch zu Ende zu bringen. Dabei ist das eigentlich keine Kunst. Ganz ehrlich, jeden Tag eine DIN A4-Seite, dann ist das Buch schneller fertig, als man denkt. Das ist nur eine Frage von Prioritäten. Zeitmanagement, Prioritäten, wobei Zeitmanagement beruht auf Prioritäten. Das funktioniert ohne Prioritäten nicht. Und das setze ich in Zukunft auch voraus. Also dass jemand die Selbstdisziplin hat und so gut organisiert ist in seinem Alltag, dass er es schafft, jeden Tag Zeit für seine Ziele, seine Projekte sich zu nehmen. Ja, und das Buch auch in sein Leben integriert. Und nicht immer sagt, das Leben kam dazwischen. Oder das Buch so in eine mentale Besenkammer packt, die nur ab und zu mal geöffnet wird. Aber die meiste Zeit ignoriert und von der man immer sagt, naja, also wenn jetzt alles mal ruhig ist und es sonst nichts zu tun gibt, dann räume ich die auf. Wir wissen alle, das passiert nie. Ja, also wenn wir wirklich solche Besenkammern haben, wenn wir dann mal wirklich Zeit haben, die aufzuräumen, dann tun wir es nicht. Weil es nicht wirklich Priorität hat. Ja, also das ist Grundvoraussetzung, dass man sich selbst organisieren kann, dass man fokussiert ein Ziel verfolgen kann. Und für viele, die am Anfang stehen, scheint das erstmal die größte Hürde zu sein. Und wenn die dann ihr Manuskript geschrieben haben und es ist fertig, sind die natürlich happy und denken, das wäre der größte Part gewesen, dieses Buch zu schreiben. Aber ganz ehrlich, das ist erst der allererste Schritt, der allererste, einer von zehn Schritten. Also ich habe einen Audiokurs, Ten Magic Keys, da beleuchte ich die zehn Schritte vom Schreiben bis zum erfolgreichen Buch. Es sind zehn. Habe ich auch verlinkt. Wer daran Interesse hat, habe ich auch unten verlinkt. Es ist also erst der erste Schritt. Ja, also auch da erstmal durchatmen, das Manuskript zu schreiben, ist der erste Schritt. Wenn man es professionell veröffentlichen möchte, folgen neun weitere. Einer davon zum Beispiel das Lektorat. Ja, das ist dann die nächste Hürde. Vor allem eine finanzielle Hürde für viele Autoren, vor der sie zurückscheuen. Dann heißt es, ich muss erst mal sparen aufs Lektorat oder vielleicht nehme ich mir doch Testleser. Vielleicht kann ich das Lektorat ja durch Testleser ersetzen. Nein, funktioniert nicht. Bitte nicht machen. Testleser sind fürs Marketing wichtig. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge von mir. Testleser stehen im Marketing-Kontext, Zielgruppe und so weiter. Es sind keine Profis. Sie können dir kein Lektorat ersetzen. Im schlimmsten Falle machen sie das Manuskript kaputt, weil sie ihren persönlichen Geschmack damit reinbringen und auf Basis dieses persönlichen Geschmacks kommentieren, weil sie einfach keine Expertise haben. Sie sehen die handwerklichen Fehler nicht. So, dann ist dieser Glaube da, okay, wenn ich mich jetzt überwinde, sollte niemals eine Überwindung sein, aber für manche ist es eine Überwindung, in ein Lektorat zu investieren, dann, dann wird mein Buch erfolgreich. Nein, auch dann noch nicht. Diese ganze Erstellung des Produktes und Vollendung des Produktes, ein Buch ist ja ein Produkt, ist nur die halbe Miete. Natürlich ist es wichtig, dass das Produkt gut ist. Ja, also das soll nicht bedeuten, dass man das so nebenbei machen kann. Aber was man danach hat, ist ein gutes Produkt. So, was muss passieren, damit ein gutes Produkt sich verkauft? Stell dir vor, irgendjemand da draußen gründet eine neue Firma, entwickelt ein Produkt, das Produkt ist total klasse, er hat es auch von einem Profi überprüfen lassen, also Qualitätskontrolle, und es ist fertig und jetzt sitzt er da. Und dann gibt es eine Datenbank oder es gibt so eine Art Service-Dienstleister, wo man neue Produkte eintragen kann. Und bei Bedarf liefert dieser Dienstleister das Produkt auch aus. Das heißt, wenn es jemand dort findet und bestellt, dann liefert derjenige das Produkt aus. Das ist übersetzt BOD oder Amazon, ja? Also Unternehmen, die dafür sorgen, dass das Buch gedruckt wird und verschickt wird und gelistet ist und bestellbar ist. So, wenn man das getan hat, ist das Buch veröffentlicht, das Produkt ist quasi veröffentlicht und dann? Dann passiert meistens genau nichts. Also dann kaufen ein paar Verwandte und Bekannte das Buch, nach drei Monaten kommt die erste Abrechnung rein und das Entsetzen ist groß und da zerplatzen die ersten Träume. Manche schon während des Lektorats, wenn man einen guten Lektor, eine gute Lektorin hat und die auch sagt, was Sache ist und das Manuskript ist auf keinem guten handwerklichen Niveau, können da schon Träume zerplatzen. Aber das ist wertvoll, das ist gut. Generell ist es gut, wenn Träume zerplatzen, weil das ist genau das, was stattfindet, wenn man Träume verwirklicht. Die Blase platzt und wir sehen, was real ist. Aber das wissen eben nicht viele. Ja, die denken, es fühlt sich ganz toll an und es geht dann auch ganz leicht, wenn mein Buch erst mal fertig ist, wenn es gut ist, wenn es erschienen ist, wenn ich das Cover posten kann und den Bestelllink. Dann wird das zweimal getan auf Instagram und dann kommt die Abrechnung im zweistelligen Bereich bei einer kleinen Marge von drei oder vier Euro und vorher hat man viele Wochen, Monate und Euro in die Produkterstellung investiert, was aber normal ist, das ist normal. Also auch bei mir, wenn ich Online-Kurse erstelle, investiere ich Zeit, investiere ich Geld. Zeit ist ja Geld, wenn man selbstständig ist. Aber natürlich auch, um das Ganze zu automatisieren, die Videos aufzunehmen, die Software, die ich dafür brauche und so weiter. Also das ist immer eine Investition. So, und das ist eben erst die Hälfte. Wenn man als Self-Publisher kein Marketing macht, und das kann man nur, wenn man Marketing lernt, sonst kann man das nicht, wird es auch dabei bleiben. Das heißt, alles, was vorher stattgefunden hat, ist im Grunde, wenn man diesen Traum hatte, mit den Büchern Geld zu verdienen, und das haben ja viele, eine Fehlinvestition. Bücher verkaufen sich nicht von selbst. Ich sehe das nicht, dass auf diese Wissenslücke aufmerksam gemacht wird, dass den Menschen klargemacht wird, ein gutes Produkt ist erst die halbe Miete. Und schon während der Produktentwicklung sollte man sich mit Marketing auseinandersetzen. Sonst wird das einfach viel zu viel, wenn das Buch erschienen ist, dann noch schnell Marketing lernen und umsetzen. Zumal man seine Zielgruppe ja aufwärmen muss. Und deshalb beginnen Verlage immer auch mit dem Marketing. Marketing gehört zur Produktentwicklung, ist ein untrennbarer Bestandteil von Produktentwicklung in jedem erfolgreichen Unternehmen. Weil wir ja eine Kundengruppe haben, eine Zielgruppe. Und man muss sich überlegen, wie man die erreichen möchte, welcher Bedarf dort herrscht, wie man diesen Bedarf ansprechen kann. Das hat dann mit Psychologie zu tun, mit Unterbewusstsein, mit Copywriting. Und da komme ich dann zu diesem Punkt, der ja sehr schön sein könnte für die Autoren, wenn sie das sehen würden. Nämlich, dass würdevolles Marketing aus Storytelling besteht. Sogar autobiografischem Storytelling, wenn man es besonders gut machen möchte, trauen sich nicht alle, aber empfehle ich sehr, autobiografisches Storytelling zu machen. Und einer der größten Bucherfolge überhaupt, Harry Potter, basierte unter anderem auf autobiografischem Storytelling. Nämlich diese Geschichte von der Frau Rowling. Ich spreche so ungern ihren Namen aus, weil ich das irgendwie nicht gut kann. Die ist das Märchen, das immer wieder erzählt wurde. Und dieses Märchen basiert auf ihrer Biografie. Nämlich die Frau, die Sozialhilfe empfangen hat, die nicht wusste, wie sie über die Runden kommt. Und dann diesen Sensationserfolg hatte. Und dieses Buch, was sich wie magisch verkauft hat. Das ist so eine typische Cinderella vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte. Menschen lieben diese Geschichten. Und das ist autobiografisches Storytelling. Und diese Geschichte hat maßgeblich auch zu dem Erfolg beigetragen. Dass sie auch Anglistik studiert hat, sehr, sehr gut schreiben kann, das wird dann eher verschwiegen. Das ist der Hauptgrund für den Erfolg. Also da ging es gar nicht so magisch zu. Wie man immer denkt. Aber dieses Magische passt natürlich zu der Marke Harry Potter Magician. Das ist auch diese Marke, die Harry Potter geworden ist. Passt natürlich perfekt dazu. Und das wussten die Menschen dahinter. Und auch andere Marketing-Tricks wurden angewendet. Verknappungen immer wieder, wenn es an den Verkauf ging. Immer wieder ging das Gerücht um, es gibt zu wenig Exemplare, ihr müsst nachts an den Buchläden anstehen. Also da wurde mit der Verknappung gearbeitet, mit FOMO, Fear of Missing Out. Ja, ist eine Marketing-Strategie. Es wurden gezielt Gerüchte gestreut. Also es gab so Leaks, dass man das Gerücht streut, es stirbt jemand. War ja, ich glaube, am Schluss stand dazu, dass immer vorher dieses Gerücht gestreut wurde. Ganz gezielt natürlich, eine der Figuren stirbt oder mehrere sterben. Und dann haben die Fans natürlich überlegt, oh Gott, wer ist es? Ist es vielleicht sogar Hermine oder ist es Ron? Das ist alles Marketing. Und Marketing, wie gesagt, beruht auf Geschichten erzählen. Ein gefundenes Fressen für Autoren. Aber da sie nicht wissen, wie wichtig Marketing ist. Und immer noch dieser Mythos kursiert, wenn man ein tolles Buch schreibt, und das sind ja eher die wenigsten, die ein wirklich tolles Buch schreiben, das muss man ja auch dazu sagen. Aber wenn man ein wirklich tolles Buch schreibt, ein handwerklich brillantes Buch mit Sogwirkung, das magnetisch ist, das emotional ist, dann ist der Erfolg quasi vorprogrammiert. Dann erreiche ich ganz viel Menschen. Nur um wirklich mal die Kosten wettzumachen, die du hast bei der Bucherstellung, bei der Produktentwicklung, müsstest du ja in kurzer Zeit Tausende von Exemplaren verkaufen. Und wie soll das jemand machen, der kein Marketing macht? Der noch komplett am Anfang steht, der noch keine Reichweite hat. Wie soll das funktionieren? BOD macht keine Werbung. BOD ist ein Druckdienstleister und sorgt für einen gewissen Vertrieb, aber nur im Sinne von, das Buch ist bestellbar. Das Buch ist gelistet und bestellbar. Das ist alles. Da passiert null Marketing. Manchmal lese ich dann Autorenformen, dann beschweren sich die Autoren, dass BOD nichts für ihr Buch macht. Und ich denke so, hallo, die drucken das, wenn jemand es bestellt. Das ist schon genial, das gab es früher überhaupt nicht. Da hat man sich verschuldet bei Druckkostenzuschussverlagen, hat für Tausende von Euro Exemplare bestellt und die dann im Keller gelagert, weil niemand sie wollte und die Buchhandlungen abgewunken haben. Und ich finde das großartig, dass es sowas gibt wie BOD. Ich finde das toll. Aber BOD ist kein klassischer Verlag, bedeutet, macht kein Marketing. Das Marketing müssen die Autoren machen. Und wie sollen sie es machen, wenn sie sich überhaupt nicht mit Marketing auskennen und das oft sogar innerlich ablehnen, weil sie diese Idee haben, dass sie als Künstlerseele nicht fürs Marketing gemacht sind. Dass Marketing irgendwie eklig ist, dass es schmierig ist, dass man dafür manipulativ sein muss. Ja, aber ganz ehrlich, Bücher schreiben ist auch manipulativ. Zutiefst manipulativ. Wir wollen Emotionen bei anderen Menschen wecken. Wir wollen etwas damit erreichen. Wir wollen berühmt werden. Wir wollen Lob bekommen. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Alles Manipulation ist in Ordnung. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen diesem fiesen Druckmarketing oder Bro-Marketing, wie man es auch nennt, und einem würdevollen Marketing. Und dieses Druckmarketing, das funktioniert bei Büchern sowieso nicht gut. Insofern bleibt da nur, in Anführungszeichen nur, weil das ist sehr viel, dieses würdevolle Marketing, aber man muss sich natürlich damit auskennen, es ist nicht umsonst ein Studium. Aus diesem Grund, weil das so wichtig ist, weil das 50 Prozent des Erfolges ausmacht, langfristig sogar mehr, habe ich jetzt auch beschlossen, dass ich mein Lektorat nicht mehr ohne Marketingkurs anbiete. Das heißt, mein Kurs Sacred Selling ist integriert in mein Lektorat. Kriegen die Autoren mit dazu. Wie Sie es dann umsetzen, das liegt natürlich bei Ihnen. Ja, Marketing sollte man immer selbst machen, immer selbst, nicht auslagern. Das ist ganz wichtig, dass man das selbst macht, als Autor. Und ich werde in Zukunft auch grundsätzlich empfehlen, mit Marketing anzufangen. Und das mag für manche erstmal völlig verwirrend sein, dass man mit Marketing beginnt. Aber wie gesagt, bei Verlagen ist es automatisch so, dass die Marketingabteilung von Beginn an mit dabei ist, dass auch erst überlegt wird, wo wollen wir uns hin entwickeln als Verlag, was für Themen nehmen wir in unsere Programme auf, wo liegen die Programmschwerpunkte und erst dann, welche Autoren, welche Bücher passen dazu. Das ist die Reihenfolge. Erst wird der Markt analysiert, dann werden die Themen, die Schwerpunkte festgelegt, dann werden die Autoren und die Buchtitel dazu geholt. Und das ist eine kluge Reihenfolge. Natürlich sollte man nicht überlegen, okay, was ist gerade die Nische und jetzt schreibe ich dafür ein Buch. Und eigentlich gefällt mir gar nicht, worüber ich schreibe. Das ist Quatsch. Aber Zielgruppenbewusstsein, auch den Markt so ein bisschen beobachten, das sollte auf jeden Fall stattfinden. Und wenn du dich rechtzeitig mit Marketing beschäftigst und dabei auch deine Angst vor Sichtbarkeit auflöst, die ganz viele Autoren im Gepäck haben, einerseits ist es die große Sehnsucht, sichtbar zu werden und andererseits haben sie eine heidene Angst, davor sichtbar zu werden, kommen deshalb nicht wirklich voran mit ihrem Manuskript. Je wertvoller und autobiografischer die Bücher, desto stärker. Die kann durch die Beschäftigung mit Marketing aufgelöst werden. Deshalb habe ich in meinem Kurs auch gleich als erstes Modul ein Deep Dive zum Thema Angst vor Sichtbarkeit eingebaut. Das ist die allererste Lektion von dem Kurs. Da gehe ich erstmal an dieses Thema Angst vor Sichtbarkeit. Auch Angst vor Ablehnung dran. Ich meine, natürlich schützt das einen auch, wenn die Bücher nicht erfolgreich sind, sich nicht verkaufen, weil dann gibt es auch kaum Rezensionen, dann gibt es auch keine Verrisse. Wenn du erfolgreich bist, ziehst du auch immer mehr Verrisse an. Aber das gehört einfach auch dazu, wenn man sich zeigt. Und da muss man stabil mitstehen können. Deshalb ist diese psychologische Ebene, dieses Unterbewusstseins bei mir auch mit drin im Kurs. Und ich empfehle wirklich allen Autoren, die es ernst meinen, die auch wirklich mit ihrem Buch eine Veränderung bewirken wollen, in ihrem eigenen Leben, aber auch im Leben ihrer Leser, sich ganz früh, also schon während des Schreibens, mit Marketing zu beschäftigen. Damit das kein Trauerspiel wird. Und es ist immer am besten, wenn man das frühzeitig weiß. Und dann auch entscheiden kann, habe ich dann wirklich Lust darauf. Weil es wird einige geben, die dann sagen, nee, dann lieber nicht. Und das ist in Ordnung. Aber dann muss man das Buch auch nicht veröffentlichen. Dann kann man eine kleine Auflage machen für Freunde und Bekannte. Kann das da herumreichen oder verschenken. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber dann kann man sich das ersparen mit diesen Schockabrechnungen von BOD und Amazon. Man sieht, dass kaum Bücher weggegangen sind. Dass es eigentlich ein Verlustgeschäft ist. Das muss ja dann alles nicht sein. Generell muss ich auch dazu sagen, und jetzt lasse ich wahrscheinlich noch mal einen Traum zerplatzen, dass Bücher nicht gut geeignet sind, schnell Geld zu verdienen. Dafür sind sie einfach nicht geeignet. Das ist aber auch dieser Mythos, der durch Harry Potter, Twilight und so weiter entstanden ist, dass man mit Büchern schnell reich werden kann. Nein, kann man nicht. Auch bei Verlagen nicht. Ich habe gerade wieder einen Verlagsvertrag geprüft. Für eine Autorin kein Vorschuss. Kein Vorschuss. Also keine garantierte Summe, die irgendwie gezahlt wird. 7% bekommt sie vom Buchverkauf. 7% überleg mal. 7% ist normal, ja, aber muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Früheste Auszahlung. Wenn das Buch Anfang 2025 veröffentlicht wird oder generell 2025, April 2026. Das ist normal. Also so viel zum Thema mit Verlagstiteln kann man schnell Geld verdienen. Nein, schneller geht es tatsächlich im Self-Publishing, weil da hat man vierteljährliche Abrechnung. Bei Amazon, glaube ich, monatliche, BOD vierteljährliche. Da geht es schneller. Allerdings nur, wenn man Marketing macht. Und das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln, das sollte man lernen. Sollte wissen, was man tut und es kann echt Spaß bringen. Weil du so viel schreiben kannst im Marketing. Es beruht auf Worten. Genauso wie Bücher. Und übrigens, die bestbezahlten Autoren überhaupt sind Copywriter, also Werbetexter. Also wenn du wirklich mit dem Schreiben Geld verdienen möchtest, dann wäre Werbetexter eine Idee. Ist natürlich hart umkämpft, der Markt. Ja, so in Amerika gibt es da auch richtige Berühmtheiten unter den Werbetextern. Das ist eine harte Branche, weil da geht es um viel Geld, das ist klar. Aber das sind die bestbezahlten Autoren, sind nicht die Romanautoren, nicht die Ratgeberautoren, das sind die Copywriter von großen Unternehmen. Ich möchte nicht für ein großes Unternehmen Copywriter sein, aber ich liebe es für mich selbst, Copywriter zu sein. Im Marketing zu schreiben. Und das mache ich jeden Tag. Und das kannst du auch. Du kannst dann jeden Tag Geschichten erzählen, kannst dein Buch voranbringen und wenn du gelernt hast, wie du ein Buch bewirbst und verkaufst, ich behaupte mal, dann kannst du alles verkaufen. Natürlich ist das Produktbuch ein Spezialprodukt. Es ist ein ganz besonderes Produkt. Auch die Kundengruppe ist besonders. Und auch das beleuchte ich in Sacred Selling. Also die Besonderheit des Produktes bucht, die Besonderheit der Kundengruppe. Das sind auch so Aspekte, die fließen da natürlich auch mit ein. Aber generell, wenn du einmal verstanden hast, wie Marketing funktioniert, dann kannst du auch andere Dinge bewerben, andere Produkte bewerben, zum Beispiel Kurse, Coaching, Beratung und so weiter. Und das macht Spaß, das bringt Freude. Und das ist eine kraftvolle Entscheidung. Ich sage ja auch immer, ein erfolgreiches Buch ist kein Glücksfall, sondern die Summe kraftvoller Entscheidungen. Bei diesen Entscheidungen wünsche ich dir viel Freude und natürlich viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. ZDF-tein, 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 Vielen Dank.